Du wirst noch sehen, irgendwann kommt ein Traummann aus Amerika. Ja, irgendwann, aber noch nicht jetzt, ganz ehrlich. Nein, aber wirklich, es ist viel zu viel, so Schule und Training und Fahrschule, Familie. Hat mir ja gar keine Zeit mehr. Ja, irgendwann vielleicht. Mal gucken, wo die Liebe hinfällt. Ja, aber es müsste man werden. Ich hab keine Ahnung. Also direkt nach der Schule erst mal Au-pair auf jeden Fall. Au-pair? Ja. Ja, wo denn? Ich glaube, Amerika. Welt. Ja, ist auch nice. Das ist wirklich Welt, ich find das voll cool. So in dem einen Moment ist alles super, wir sind super gute Freunde und im nächsten Moment, ich weiß nicht, was ich ihr dann getan hab, aber sie ignoriert mich so den Rest des Tages. So im täglichen Wechsel und es ist einfach recht anstrengend, aber halt mal abgesehen davon einfach auch, du siehst diese Person und du weißt einfach die ganze Zeit so, okay, jetzt gerade ist es super toll, aber es wird nicht mehr werden und es bleibt nicht so.